Ein Jüngling liebt ein Mädchen. Die hat einen anderen erwählt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen heiratet aus Ärger den ersten besten Mann, der ihr in den Weg laufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu, und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei. Ein Jüngling liebt ein Mädchen, so weit so normal. Die hat einen anderen erwählt. So bitter das für den Betroffenen ist, das ist der Lauf der Welt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Wenn das Liebeskarussell sich dermaßen in die falsche Richtung dreht, was will man da machen? Das Mädchen heiratet aus Ärger den ersten besten Mann, der ihr den Weg gelaufen. Können wir das glauben? Es fügt sich wegen der Personenkonstellation und des Reims wegen so hübsch, dass wir geneigt sind, es als eben solches Pech hinzunehmen wie die Hochzeit zuvor. Aber aus Ärger mal so eben in die Ramschkiste greifen und den Erstbesten heiraten, ist bei genauerer Betrachtung doch ein seltsames Verhalten. Nichtsdestotrotz, der Jüngling ist übel dran. Das können wir verstehen, denn nun ist sie halt weg. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Ein Teil der Geschichte ist ewig alt und immer neu, die Liebe zu jemandem, der einen anderen erwählt hat. Der andere Teil, dass eine Verschmähte aus Ärger irgendjemanden heiratet, ist nicht im selben Maße üblicher Lauf der Welt. Warum behauptet der Sprecher das? Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei. Die Banalität, die darin liegt, dass unglückliche Liebe so etwas Alltägliches ist, ändert nun mal nichts daran, dass es für den einzelnen Betroffenen existenzieller Schmerz ist. Dabei tut der Sprecher so, als wenn er von anderen spricht. Aber selbstverständlich ist er selber der Jüngling, und er erzählt diesen absurden Antiliebesreigen so, um vor allem die Wahl des Mädchens abzuwerten. Der erste beste Mann ist der Gimpel, der schnalzende Herr Gemahl, das Männchen klein und putzig, inwendig, grob und schmutzig, aus anderen Gedichten, Heines. Der leidende Dichter zerquält sich eben damit, dass er entweder das Mädchen dämonisiert oder über ihren Gatten herzieht. Und nie erfahren wir, was sie denn Böses tat, als dass sie diesen einen anderen erwählte. Wenn man einmal Robert Schumanns Vertonung gehört hat, kann man sich dieses Gedicht kaum anders mehr denken. Wie die Musik bis zum Schluss versucht, humoristisch ohne emotionale Anteilnahme zu sein, wie sie für einen Moment darin versagt, wenn nämlich das Herz entzweibricht, und wie das humoristische Humpeln sich am Ende als Wutgetrampel herausstellt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.